Hallo da draußen, mein Name ist Anne, das ist ich und wir befinden uns hier im Jugenddorf am Müggelsee und hier finden die Miss Death Germany 2016. In der Oktober-Ausgabe werden wir detaillierte Berichte, Interviews und ganz viele Neuheiten bringen und heute sind die Kandidaten angekommen und haben auch ganz viel geübt und jetzt ist Abend und jetzt sind sie in ihren Zimmern und ruhen sich aus. Ja, schön, dass du hier bist. Stell dich doch mal kurz vor, woher du kommst. Hallo, mein Name ist Nina. Ich komme aus Düsseldorf, wohnen aber mit der Technik-Schule. Ja, ich bin 24 Jahre alt. Was ist hier denn die Erfahrung? Also, mein erster Eindruck hier ist super, ich liebe Natur, hier ist so schön und ich gehe gerne spazieren hier und wohnen hier zum Beispiel für acht Jahre her. Dann sag uns doch nochmal, warum du genau hier bist. Also, aus bestimmter Grund, da ich früher so dick war, habe ich insgesamt 50 Kilo abgenommen und möchte Erfahrungen sammeln, damit ich mal selbstbewusster werde und auch die anderen Teilnehmer zusammen die Erfahrungen teilen. Weil ich finde es einfach wichtig, die anderen anzugucken, können die so selbstsicher sein und ich auch. Und das mit den anderen Teilnehmern. Wow, sehr interessant. Dankeschön. Danke euch. Stell dich doch mal kurz vor. Mein Name ist Diana. Ich bin 20 Jahre alt. Ich komme aus Berlin. Ah, aus Berlin. Wartest du schon mal hier? Noch nie. Ich wohne in Berlin-Kalkwarten, aber hier im Mittelklima noch nie. Zum ersten Mal. Und wie gefällt es dir? Super. Schön. Fühlt man so viel frei und da Spaß zu haben. Dann habe ich noch eine Frage. Warum hast du dich beworben? Ja, weil ich selber möchte mehr Erfahrungen damit, möchte ich mehr Kollegen machen. Auch nicht nur immer zu Hause und arbeiten, sondern mal als Licht zu lernen. Danke. Tschüss. Danke. Danke.